Willkommen hier bei ProfiSchnap.de im Schnäppchenkeller. Uuuuh, ein Schnäppchen von K.W. Lichtenfels habe ich für Sie. Und zwar das Modell 7474 als Sofa-Gruppe, zweiteilig in Samtrellur, Kombi Grau, unten am Trazett, oben Grau. 2,33 Meter lang und 2,15 Meter lang, ein Messestück. Sehr angenehm ist der Stoff, hier sitzt man richtig gerne drauf. Rasterverstellung der Armlehnen. Macht das natürlich sehr bequem zum Liegen, weil ich das auch ganz runterstellen kann. Und schon habe ich Platz. Ich lege meine Füße nicht auf den Stoff, keine Angst. Sie haben bei einem Sofa dann auch noch eine Sitztiefenverstellung. Bei allen Sofas die Möglichkeit, die Kopfstützen dazu zu kaufen und einzustecken. Diese ist im Preis nicht enthalten. Achtung, aber wir haben eine, die können Sie dazu erwerben. Ein Sofa ohne Sitztiefenverstellung, eins mit. Sie sind beide im gleichen Anzug, sehr modisch, sehr fein, sehr elegant, sehr langlebig und sehr hautsympathisch. Wenn Sie also viel Platz zum Liegen und Lümmeln wollen, wenn Sie was Bequemes wollen, wenn Sie was Elegantes wollen und wenn Sie genügend Platz haben, 210, 230, plus Tiefe. Sie brauchen also ungefähr einen Meter mehr. Und dann ist das eine absolute Schnappgarnitur für Sie. Aber Platz brauchen Sie schon. Wenn Sie nur ein Sofa wollen, melden Sie sich, auch das ist machbar, mit Trennungszuschlag. Was das ist, erkläre ich Ihnen dann. Okay? K&W, Lichtenfels, Tochter von Himmela, 74, 74, als Sofa-Gruppe in Samtelur. Ein Schnäppchen, ein absolutes Schnäppchen. Ein super Schnapp für Sie. Schnappen Sie zu. Dankeschön und Tschüss. Ihr Lütz Reinhardt. Dankeschön.